Halloween steht vor der Tür und viele Arten vor der Ausrottung. Denn die mit Abstand erschreckendste Sache, das Artensterben, ist leider das ganze Jahr über gegenwärtig. Laut der roten Liste der IUCN ist zum Beispiel der große Ameisenbär als gefährdet eingestuft. Vor allem der Verlust des natürlichen Lebensraumes und auch bewusst gelegte Brände in Zuckerrohrplantagen machen den rückläufigen Populationen zu schaffen. Wissenschaftlich geführte Zoos setzen sich unter anderem durch europäische Erhaltungszuchtprogramme, kurz EEPs, dafür ein, gesunde Reservepopulationen in menschlicher Obhut aufzubauen und die Art, so vor der Ausrottung zu bewahren. Gleichzeitig sind wir um das Wohlergehen unserer Tiere bemüht. Darum gibt es ganz im Halloween-Spirit Mehlwürmer aus unserer eigenen Zucht, die in Kürbissen versteckt wurden. Das dient der Beschäftigung und auch der geistigen Förderung der Ameisenbären. Untertitelung des ZDF für funk, 2017